Flossen TV präsentiert Lehrer vs. Schüler Heute Biologie Lehrer Herr Schmild, machen wir jetzt endlich mal Sexualkundeunterricht? Pfui, hässliches Zeug. Heute lernen wir was fürs Leben. Den Aufbau eines Insektenflügels. Schüler Herr Schmild, machen wir jetzt endlich mal Sexualkundeunterricht? Hm, kann das sein, dass ihr mir die Frage schon öfter gestellt habt? Also, in meinem Kalender steht, dass wir das Thema schon im Oktober, November und im Januar behandelt haben. Nee, ich glaub, wir hatten das noch nicht. Das wird bestimmt voll lustig. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017